Heute reden wir mal über die sogenannte Schweigebehandlung, besser bekannt als Silent Treatment in toxischen Beziehungen. Was ist die gezielte Schweigebehandlung durch das Gegenüber, wie kann sie aussehen und was bewirkt sie in dir? Zudem gebe ich dir ein paar Tipps, wie du damit umgehen kannst, wenn du in die Schweigebehandlung gesetzt wirst. Hallo zusammen, hier ist wieder Steve von Selbstliebe Mindset. Und heute schauen wir uns mal das Silent Treatment bzw. die Schweigebehandlung an. Was ist denn Silent Treatment? Ganz grundlegend, die Schweigebehandlung oder Silent Treatment ist eine manipulative Taktik, bei der dein Gegenüber versucht, bewusst den Kontakt oder die Kommunikation mit dir einzustellen. Hierbei muss man grundlegend unterscheiden zwischen Silent Treatment und Ghosting. Denn beim Silent Treatment handelt es sich um eine kurzfristige Schweigebehandlung, die von Stunden bis hin zu Tagen gehen kann. Beim Ghosting ist ja eher das plötzliche Verschwinden der Fall, wo die Person sich mehrere Wochen oder Monate nicht mehr meldet. Zudem hat Ghosting auch ganz andere Hintergründe wie Silent Treatment. Beim Silent Treatment ist ja das Ziel, durch das bewusste Unterbinden der Kommunikation oder durch das bewusste Nicht-Antworten, eben gewissen Gesprächen oder unangenehmen Kommunikationen aus dem Weg zu gehen, sowie auch durch eben halt Ignoranz und Schweigen, den anderen emotional zu verletzen, zu kontrollieren und zu manipulieren. Da Silent Treatment nicht immer unbedingt in der Form erkannt wird und teilweise auch sehr, sehr subtil vonstatten gehen kann, gebe ich dir mal ein paar Beispiele, wie es aussehen kann. Gesprächen wird aus dem Weg gegangen. Sagen wir, du möchtest etwas ansprechen und dein toxischer Partner, deine toxische Partnerin weiß bereits, dass das kein angenehmes Gespräch wird. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Person plötzlich sehr viel mehr in der Firma zu tun hat, sehr viel mehr für das Studium tun muss oder plötzlich in der Familie sich was aufgetan hat, was eben Zeit erfordert. Das heißt, es werden Gründe vorgeschoben, wieso man sich jetzt zum Beispiel nicht treffen kann oder wieso man jetzt auch nicht telefonieren kann. Das Gespräch, was dir eigentlich auf dem Herzen liegt, wird hinausgezögert und du bist mit dem Anliegen erst mal alleine, bis es eventuell so weit in dir hochkocht, dass du regelrecht ausrastest und dein Gespräch einforderst, woraufhin man dich dann wieder mit Gaslighting vollpumpen kann und dir die Schuld einreden kann, dass du dich jetzt toxisch verhalten hast. Nächster Punkt, Kälte und Gleichgültigkeit. Dein toxischer Partner oder deine toxische Partnerin kann während so einer Schweigebehandlung relativ kalt und gleichgültig gegenüber deinen Nachrichten oder Kommunikationsversuchen reagieren. Das heißt, es wird zum Beispiel die Kommunikation plötzlich sehr emotionslos und es wird kein Interesse mehr gezeigt und schon gar kein Interesse an Gefühlen oder Bedürfnissen, die du stellst oder äußerst. Das heißt, du wirst buchstäblich kalt gestellt und du fühlst dich isoliert und unbedeutend. Und ein weiterer Punkt, sinnlose Begründung. Wie bereits in einem anderen Video schon mal erwähnt, kann die Schweigebehandlung auch durch sinnlose Begründung sogar angekündigt werden und dadurch noch schwerer als das zu erkennen sein, was es ist. Das war ja zum Beispiel in meinem Falle so. In meinem Falle wurde nach schwierigen Gesprächen oder aufkommenden Problemen gerne ein Handy-freier Tag eingelegt. Das heißt, meine Ex kündigte an, am nächsten Tag nicht erreichbar zu sein, weil sie mal einen Tag weniger am Handy sein möchte. Sie kündigte damit also an, erwarte nicht von mir, dass ich auf deine Nachrichten reagiere. Sie war natürlich trotzdem den ganzen Tag online, Schande über mich, dass ich das überhaupt nachgeschaut habe, aber es war für mich die Bestätigung, dass ich hier verarscht werde. Am nächsten Tag hieß es dann, wow, das tat richtig gut, gestern mal einen Handy-freien Tag einzulegen. Endlich mal weniger am Handy sein, etc. Also nicht nur sinnlose Begründungen, sondern auch noch Lügen und Ausreden am nächsten Tag. Dass es sich hierbei um die Schweigebehandlung handelte und ich gezielt nach schwierigen Gesprächen, die, ich sag mal, in normalen Beziehungen völlig, völlige Lappalien wären. Dass es immer genau danach stattfand, das wurde mir tatsächlich auch erst in der Aufarbeitung Monate später bewusst. In dem Moment habe ich es gar nicht als das erkannt, was es war. Aber so kann zum Beispiel auch Silent Treatment aussehen. Hinzu kann sich natürlich passiv-aggressives Verhalten dazu paaren. Das heißt, dein Partner, deine Partnerin kann zum Beispiel, um die Schweigebehandlung zu verstärken, absichtlich Aufgaben vernachlässigen, die vereinbart wurden, oder gemeinsam vereinbarte Termine oder Events einfach vergessen oder verschieben, weil plötzlich eben ganz plötzlich aus heiterem Himmel in der Arbeit mehr zu tun ist, im Studium oder sich in der Familie was aufgetan hat, was die Aufmerksamkeit erfordert. Das heißt, es wird dir in den seltensten Fällen wirklich gesagt, hey, pass auf, ich setze dich jetzt in die Schweigebehandlung, sondern maximal mit solchen Ankündigungen, wie es in meinem Fall auftrat, oder eben durch gezielte Dinge, die gesucht werden, die jetzt dazu führen, dass man weniger Kontakt haben kann. Man muss natürlich dazu erwähnen, dass diese Beispiele jetzt nicht abschließend sind und die Schweigebehandlung in zigtausend Formen auftreten kann, weil jeder Fall natürlich einzigartig ist und die individuellen Umstände sind natürlich da auch immer zu berücksichtigen. Warum ist Silent Treatment eigentlich so schädlich und warum ist es auch so effektiv? Grundlegend liegt hier dahinter die emotionale Manipulation. Durch das Ignorieren und das Schweigen wirst du in Unsicherheit, Angst und Verwirrung versetzt. Hast du beispielsweise etwas angesprochen, was nicht exakt dem Wunsch der toxischen Person entsprach und dieser Person etwas sauer aufgestoßen ist, dann wirst du durch die Schweigebehandlung merken, dass das Konsequenzen hat. Das heißt, dir wird gezeigt, dass du gewisse Dinge nicht einfach ansprechen darfst oder dass du Probleme oder Bedürfnisse nicht ansprechen darfst, denn das hat Konsequenzen. Und die Konsequenz ist, dass man dir zum Beispiel weniger antwortet, dass man sich zurückzieht etc. Dir wird also ganz grundlegend gezeigt, hey, pass auf, so nicht. Das Schlimme dabei ist der Kontrollverlust auf deiner Seite. Denn wenn du in Silent Treatment gesetzt wirst, in die Schweigebehandlung, dann fühlst du dich erstmal hilflos, ohnmächtig und du weißt nicht, wie du die Situation verbessern kannst. Denn mit jeder Nachricht, die du schreiben würdest oder nachfragen würdest, würdest du es ja nur noch schlimmer machen. Diese Form der Manipulationstaktik ist nicht nur extrem schädlich, sie ist auch noch extrem dämlich, muss man dazu sagen. Denn es zerstört natürlich jegliches Vertrauen zwischen den Partnern, wenn es denn überhaupt jemals in der Form da war. Und die Kommunikation, die da zusammenbricht, führt natürlich zu einer extremen Kluft zwischen den Leuten. Das heißt, du traust dich weniger und weniger, deine Probleme und Bedürfnisse anzusprechen und du fühlst dich mehr und mehr unwohl in der eigentlich ach so tollen Partnerschaft. Du wirst kleiner, du wirst ruhiger, du wirst zurückhaltender, weil du ja schon gelernt hast und darauf konditioniert wurdest, dass es Konsequenzen hat, wenn du für dich einstehst. Mal ganz grundlegend, wenn du sowas in deiner Beziehung oder in deinem Datingprozess feststellst, dann handelt es sich garantiert nicht um eine gesunde und beziehungsreife Person, die du da gerade datest. Ja, wie kannst du jetzt damit umgehen, wenn Silent Treatment angewandt wird? Ein grundlegender Rat, den ich eigentlich in jeglicher Hinsicht immer geben kann, ist, bleibe bei dir. Bleibe gedanklich und emotional bei dir. Hinterfrage, hast du da jetzt wirklich was falsch gemacht oder wirst du hier gerade bewusst irgendwie gestraft oder kontrolliert oder manipuliert? Konzentrier dich dabei erstmal auf deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse und rede im Zweifelsfall mit Freunden, Familie oder einem Berater, Therapeuten etc. Denn häufig können wir ja selber in solchen Momenten nicht beurteilen, ob wir jetzt gerade der Fehler sind oder ob hier wirklich unser Gegenüber uns gezielt manipuliert. Achte auf wiederkehrende Muster in der Beziehung. Das heißt, wenn sowas immer wieder vorkommt, wie jetzt beispielsweise es in meinem Falle war mit diesen Handy-freien Tagen, dann überleg dir mal, wenn du das Muster erkannt hast, ob die Beziehung wirklich so gesund für dich ist und ob diese Person wirklich so gesund für dich ist. Überleg dir mal, ob du in einer Beziehung oder in einer Dynamik bleiben willst, in der du absichtlich emotional manipuliert wirst und deine Bedürfnisse nicht nur nicht erfüllt werden, sondern beim Äußern deiner Bedürfnisse du abgestraft wirst. Und wenn du schon etwas fortgeschritten bist, das wäre dann das Ziel, das ich mit meinen Klienten erreichen möchte, dann entgegne zum Beispiel solchen Ankündigungen wie einem Handy-freien Tag oder zum Beispiel, hey, ich habe jetzt mehr zu tun, ich werde jetzt weniger Zeit für dich haben, dann reagiere darauf einfach mal komplett gelassen. Dann sag sowas wie, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, mache ich jetzt glaube ich auch mal zwei, drei Tage. Dann bist du einfach zwei, drei Tage länger nicht erreichbar, weil du die Idee deiner toxischen Partnerin oder deines toxischen Partners so grandios gut fandest, einen Handy-freien Tag einzulegen, dass du das jetzt selber mal machst, nur ein bisschen länger. Und wenn solche Ausreden kommen wie, ich habe gerade keine Zeit, weil Studium, weil Arbeit und keine Ahnung, der Teppich muss mal wieder in die Reinigung und da muss ich dabei sein, irgendein Blödsinn, der euch erzählt wird, dann reagiert einfach ganz gelassen und sagt, ja, okay, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Spaß, melde dich einfach, wenn du wieder Zeit hast. Das sind Reaktionen, mit denen rechnen solche Menschen nicht und damit entzieht ihr euch sofort auch der Kontrolle dieser Person und das mögen die in der Regel eher gar nicht. Darum kann es sein, dass dann plötzlich die Schweigebehandlung wie aus heiterem Himmel unterbrochen wird und ihr plötzlich wieder doch ganz wichtig seid. Aber auf die Themen, wie man mit toxischen Menschen innerhalb Beziehungen umgehen kann, um die Beziehung halten zu können, was an sich eine Scheißidee ist, da gehen wir mal noch ganz separat drauf ein. Ich habe da so ein paar Ideen. Zum Abschluss kann ich nur noch sagen, Silent Treatment oder die Schweigebehandlung durch Narzissten und allgemein toxische Beziehungspartner ist eine absolut schädliche und hinterlistige Manipulationstaktik, die das Vertrauen und die Kommunikation in der Beziehung vollständig zerstören kann. Es ist wichtig, sich da einfach bewusst zu machen, dass das Verhalten nicht akzeptabel ist und dass man das Recht hat, respektvoll behandelt zu werden. Wenn du dich in so einer Situation befindest, dann zöger auch nicht, dir Unterstützung zu suchen und deine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Denn nur weil du deine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle setzt, bist du noch lange nicht toxisch oder dann selber ein Narzisst. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Habt immer positive Gedanken und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.